Was ist die Beinwelt-Tinktur? Aus der aus frischem Kraut zubereiteten Beinwelt-Tinktur stellen wir ein Gel her. Dieses Gel hat eine gute Tiefenwirksamkeit bei Zerrungen, Prellungen, Muskelkaterverkrampfungen, Ellenbogenerkrankungen, Gelenkerkrankungen, dicke, geschwollene Gelenke. Auch beim sogenannten Tennisarm oder Golferarm ist es sehr hilfreich, wenn man dieses Gel, das Beinwellgel, einreibt oder auch einen Beinwellumschlag macht. Wohlgemerkt, man sollte alles aus frischem Kraut, frischer Wurzel herstellen, so wie wir das in der Hubertus-Apotheke machen, die wir ja dieses Kraut, diese Pflanze auch selber anbauen, anpflanzen, ernten und frisch verarbeiten.